Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz. Ich möchte euch einen Ladewagen vorstellen, der Marke John Deere. 24,40 € kostet 75.000 €, 40.000 Ladevolumen. 250 PS braucht er an Leistung, entsprechend Monat zu 84 kW, 40 € Unterhalt und 250 € die Stunde mit ihm abort. So, ich habe mal das gute Stück. Ich habe jetzt Beladen, 50%. Wie man sieht, etwas über 20.000 Ladevolumen habe ich drin. Klinker funktionieren. Normales Licht. Rückfahrlicht und Licht, aber die Bremsen. Normale Licht. Textur sieht super aus, glänzt extrem. So, für schwache Rechner ist er nicht so gut geeignet, weil er viel Performance frisst. So, jetzt fahren wir ein bisschen. Sieht mal hier, wie er das Gras aufnimmt. Die Hinterachse leckt natürlich mit. Super. Bin ein bisschen rumgefahren mit. Also, ich habe Schmutz eingeschalten, aber er wird nicht schnell dreckig, wie man sieht. Aufsammeln tut er super. Passt ganz gut. Von Textur flackert gar nichts. Da fehlt nichts dran. Ja, Leute. Tue ich mal abhängen. Mal schauen. Ich habe jetzt da dran gelassen, alles. Runterlegt Kaltes da vorne drunter, wie man sieht. Gehen wir ran. Sind jetzt weg. V, ich hebe mal ein Pickup an. Sieht super aus. So eine Verarbeitung. Flackert nix. Passt soweit ist ganz gut. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut sich da rein. Würde mich freuen. Hiermit sage ich Servus. Grüß euch. Euer Franz.